servus leute recht herzlich willkommen auf meinem kanal heute mit einem etwas anderen video und zwar ihr seht es ja schon hinter mir ich fahre in urlaub und zwar vom 8 bis zum 22 august bin ich leider nicht da und da werden dann auch wie gesagt werden auch wahrscheinlich weniger videos kommen wahrscheinlich auch gar keine muss ich schauen wie es hinbekommen habe ich es irgendwie naja irgendwie anders online stellen kann ich werde auf jeden fall schon mal ein bisschen was vor produzieren das ist dann auf jeden fall anschaltet 4 vielleicht seht ihr ja noch eine bis zum 8 august schauen wie ich da hinkomme dann werde ich dann auch auf jeden fall noch was hochladen des weiteren geht es dann natürlich auch mit batman weiter destiny kommt jeden freitag wenn ich schaffe man wisst ihr wie es ist von der arbeit und so ab und so schafft man es dann nicht so und genau des weiteren will ich auf jeden fall noch the witcher blood and wine dann bald mal anfangen muss ich auch schauen wie ich dazu komme wie gesagt mein termin kalender ist eigentlich immer voll ich habe eigentlich nie nichts zu tun sage ich jetzt mal genau da wirst du auf jeden fall bescheid dass zwischen dem 8 und 22 august auf jeden fall weniger kommen wird danach legen wir dann wieder richtig los verspreche ich euch genau und sonst genau gibt es eigentlich nichts weiteres bleibt auf jeden fall dran bleibt auf meinem kanal genau und schaltet wieder am 22 ein oder halt könnt auch jetzt auch schon wie gesagt dark souls 3 ist fertig könnt euch die ganzen folgen anschauen wenn man irgendwie irgendwo tipps braucht oder sowas genau und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns am 22 wieder bis dahin ciao euer andy